Hallo, hier ist Daniel Merkelhoff und ich zeige euch jetzt mein Lego Star Wars. Also, dann fang ich an. Also, hier sind Droiden. Hier ist ein stinknormaler Droid. Hier ist auch ein, das ist ein Droidiker. Hier ist eine Sturmtruppe. Hier wurde er zerquetscht. Okay, äh, das ist hier so eine, eine, eine Gasbombe. Und das alles habe ich hier gemacht wegen einer Bombe. Sie wurde von, von ganz oben gefeuert. Deswegen habe ich es so gemacht. Diese Mauer sollte eigentlich die Grenze sein, aber das hatte nicht geklappt. Und wundert euch nicht, dass, dass die, ähm, ähm, Droiden mehr Platz haben als, als die Generals. Also, das, das ist der Boss von ihnen. Hier ist, hier ist so ein Klonräger. Der ist tot. Und, und das ist, und das ist so ein General. Das ist auch ein General. Und hier, ups. Hier ist auch so ein. Oh, ja, und das ist ein Aufklärungsdroide. Okay, dann habe ich alles gezeigt. Okay, tschüss. Okay, tschüss.